Elon Musk, der visionäre Unternehmer hinter Tesla und SpaceX, hat kürzlich eine eindringliche Warnung ausgesprochen. Wir fügen unsere Verschuldung alle drei Monate eine Billion Dollar hinzu, sagte er. Bald wird es alle zwei Monate sein, dann jeden Monat und schließlich werden wir nur noch die Zinsen zahlen können. Nur an Zinsen und die steigen, fügen wir unserer Verschuldung eine Billion Dollar hinzu, die unsere, du weißt schon, Kinder und Enkelkinder irgendwie bezahlen müssen, äh, alle drei Monate. Und bald wird es alle zwei Monate sein, dann jeden Monat und dann werden wir nur noch die Zinsen bezahlen können. Elon Musk warnt, während Politiker die Augen vor dieser alarmierenden Entwicklung verschließen, wächst die Sorge um die finanzielle Zukunft. Eines ist faktisch, stetig wachsende Staatsverschuldung ist kein neues Phänomen, aber ihr aktuelles Tempo sprengt alle bisherigen Dimensionen. Und davor warnt Elon Musk. Die USA, einst Symbol wirtschaftlicher Stabilität, stehen vor einem Schuldenberg, der unerfallsam zu wachsen scheint. Und die politischen Entscheidungsträger scheinen unfähig oder unwillig zu sein, effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Stattdessen werden immer mehr neue Schulden aufgenommen, um alte zu begleichen, während die Zinslast kontinuierlich ansteigt. Das heißt also, die Konsequenzen dieses Handelns sind absehbar. Denn eine Wirtschaft, die mehr für Zinszahlungen als für Bildung, Infrastruktur oder Gesundheit ausgibt, sägt an dem Ast, auf dem sie sitzt. Und das ist nicht nur in den USA so. Die Gefahr einer Inflation oder sogar Hyperinflation rückt immer näher, wenn immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, ohne realen Gegenwert zu schaffen. Das heißt, die soziale Ungleichheit nimmt zu, da die Last der Schulden auf den Schultern der breiten Bevölkerung ruht, während eine kleine Elite davon profitiert. Das heißt, wenn die Geldmenge weiter und weiter steigt und die Menschen das Vertrauen in die staatlichen Währungen verlieren, was wir gerade immer mehr sehen können, könnte dies zu einer schweren Finanzkrise führen. Und Inflation führt dazu, dass die Kaufkraft der Bürger immer weiter schrumpft, Ersparnisse werden weniger wert und die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit nimmt dadurch auch zu. Und in solchen Zeiten suchen Menschen nach Alternativen, um ihr Vermögen zu schützen und auch zu erhalten. Und dadurch, dass Bitcoin limitiert auf 21 Millionen ist, BlackRock für Bitcoin nahezu konstant Werbung macht, Bitcoin nahezu konstant kauft. Und auch die anderen Finanzinstitutionen neben BlackRock, El Salvador, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel nutzt, andere Länder wie Bhutan Bitcoin meinen und ein Drittel ihres Inlandsproduktes nun in Bitcoin haben und immer mehr und mehr Unternehmen Bitcoin kaufen. Was denkst du, wird bei Bitcoin passieren, mit dem Bitcoinpreis passieren? Wenn eine große Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft, da nur wenige Bitcoin auf den Börsen beispielsweise zum Handel, zum Kauf verfügbar sind, nur 450 Bitcoin pro Tag geschürft werden und eine riesige Nachfrage existiert. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Bitcoin zunehmend als ernstzunehmende Alternative zum traditionellen Finanzsystem betrachtet werden sollte bzw. wird. Und daher sind auch die Regulierer und Politiker so gegen Bitcoin beispielsweise in der Europäischen Union und gehen gegen Kryptowährungen so vehement vor. Denn die Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoins sorgt für ein knappes Angebot, während die Nachfrage stetig steigt. Und große institutionelle Investoren wie BlackRock investieren kontinuierlich in Bitcoin und fördern dessen Bekanntheit, beispielsweise durch ihre kontrollierten Medien. Und Länder wie El Salvador haben Bitcoin bereits als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, während es Gerüchte gerade gibt, dass Argentinien Bitcoin vielleicht ebenfalls als gesetzliches Zahlungsmittel, so wie El Salvador, einführen könnte. Dann sehen wir noch Staaten wie Bhutan, die aktiv in das Bitcoin-Mining eingestiegen sind und immer mehr Unternehmen fügen Bitcoin ihren Bilanzen zu, nutzen es als strategische Reserve, wie beispielsweise Metaplanet oder MicroStrategy. Und wenn eine große Nachfrage auf ein geringes Angebot trifft, ist ein Anstieg des Bitcoin-Preises nahezu unvermeidlich, jedenfalls mittel- bzw. langfristig. Da nur wenige Bitcoins auf den Kryptohandelsbörsen zum Handel verfügbar sind und täglich lediglich etwa 450 neue Bitcoins geschürft werden, die sehr wahrscheinlich von den Finanzinstitutionen wie BlackRock beispielsweise direkt von den Bitcoin-Meinern aufgekauft werden. Und all das Ganze, das könnte zu einer erheblichen Wertsteigerung beim Bitcoin-Preis führen. Investoren und Privatpersonen, die nach sicheren Häfen für ihr Vermögen suchen, treiben die Nachfrage ebenfalls weiter an und immer mehr Menschen werden erkennen, dass sie ihr Geld in Bitcoin sehr wahrscheinlich investieren sollten. BlackRock sagt es ja sogar schon, dass Bitcoin in wirtschaftlich unsicheren Zeiten der sichere Hafen ist. Und das alles könnte eine Kettenreaktion auslösen. Ein steigender Bitcoin-Preis würde weitere Aufmerksamkeit erregen und noch mehr Investoren anziehen. Die erste Welle der Einzelinvestoren konnten wir vor der Halbierung sehen und wenn der Bitcoin-Preis dann weiter steigt, werden wir die nächste Welle der Einzelinvestoren sehen und so weiter und so fort. Und viele können sich das noch gar nicht vorstellen. Es werden immer mehr und mehr Menschen aus der normalen Welt auf Bitcoin aufmerksam und die werden dann in Bitcoin investieren. Das wird natürlich jetzt nicht über Nacht passieren, doch das wird hundertprozentig kommen. Und dies würde nicht nur den Wert von Bitcoin erhöhen, sondern auch dessen Akzeptanz als legitimes Zahlungsmittel erhöhen. Und infolgedessen könnten mehr Länder und Unternehmen beginnen, Bitcoin zu integrieren, was seine Position im globalen Finanzsystem weiter stärken würde. Und sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Bitcoin eine ernsthafte Konkurrenz für traditionelle Währungen und das bestehende Bankensystem darstellen. Und immer mehr Regulierer und Staaten erkennen das. Die Dezentralisierung von Bitcoin ermöglicht es den Nutzern nämlich, finanzielle Transaktionen ohne die Notwendigkeit von Zwischenhändlern wie Banken beispielsweise oder zentralen Autoritäten wie Zentralbanken durchzuführen. Dies könnte die Macht von Banken und Regierungen über Geldströme erheblich reduzieren, was sie nicht wollen. Und für Länder mit instabilen Währungen wie beispielsweise Argentinien oder restriktiven Finanzsystemen bietet Bitcoin eine Alternative, die finanzielle Freiheit und Schutz vor Inflation verspricht. Und wenn du dich für finanzielle Freiheit interessierst und dir durch kryptofinanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, das wird nur noch für kurze Zeit so verfügbar sein. Und Menschen könnten ihr Vermögen in Bitcoin speichern, um sich gegen die Abwertung ihrer nationalen Währungen abzusichern, wie beispielsweise die des Euros, der in 25 Jahren über 90% des Wertes verloren hat. Dies würde die Dominanz etablierter Fiat-Währungen weiter untergraben. Doch bei all diesen potenziellen Vorteilen dürfen die Risiken natürlich nicht ignoriert werden. Das ist beispielsweise die extreme Volatilität aktuell noch bei Bitcoin. Im Grunde genommen gibt es seitens der Medien und Regulierer und so weiter viele Warnungen gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen. Doch eines können wir nicht ignorieren, das ist die steigende Verschuldung bzw. die steigende Geldmenge, die steigende Inflation. Und die Warnung von Elon Musk über die steigende Staatsverschuldung sind ein Weckruf, der nicht ignoriert werden sollte. Denn durch die steigende Staatsverschuldung, durch die steigende Inflation, wird die Kaufkraft der Menschen nahezu in Echtzeit reduziert. Wir haben laut Michael Saylor ungefähr eine Inflation von 14-15% pro Jahr. Das heißt also, du verlierst 50% deiner Kaufkraft innerhalb von 5 Jahren. Und Bitcoin präsentiert sich hier als mögliche Antwort auf finanzielle Instabilität und die Erosion des Vertrauens in traditionelle Währungen. Und die begrenzte Verfügbarkeit und die steigende Nachfrage könnten seinen Wert weiter in die Höhe treiben und seine Rolle im globalen Finanzsystem stärken. BlackRock empfiehlt ja den Investoren 85% des Portfolios in Bitcoin zu investieren. Und wenn du Bitcoin lernen, Krypto lernen willst, die durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, jetzt einen Klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Schau dir das Video an, es ist nur noch für kurze Zeit so verfügbar. Und zusätzlich skizziert Elon Musk in einem Interview mit Tucker Carlson, wie die Regierung unter einer möglichen Trump-Präsidentschaft Milliarden einsparen könnte. Sein Ansatz, die massive Reduzierung der aufgeblähten Bürokratien und unzähligen Bundesbehörden in den USA. Musk weist darauf hin, dass die USA mehr Bundesbehörden haben, als es Jahre seit der Gründung des Landes gibt. Und diese Überregulierung, die wir ja ebenfalls auch in Deutschland sehen können, führt nicht nur zu ineffizienten Strukturen, sondern auch zu enormen Kosten für den Steuerzahler. Und durch die Abschaffung unnötiger Behörden und die Vereinfachung von Zuständigkeiten könnten erhebliche Mittel eingespart werden, genauso wie wir das ja auch in Deutschland sehen könnten, wenn die notwendigen Schritte dafür gegangen werden würden. Denn weniger Ausgaben bedeuten weniger Bedarf an neuen Schulden, was die Zinsen des Landes reduzieren würde und mehr Geld für die Menschen des Landes zur Verfügung stellen würde. Und zusätzlich plädiert Elon Musk für eine grundlegende Überprüfung der bestehenden Regulierungen, denn jedes Jahr kommen laut ihm neue Vorschriften hinzu, oft ohne die alten zu hinterfragen. Das heißt, es müsste eine Regulierungsmüllabfuhr laut Elon Musk. Diese könnte helfen, überflüssige oder hinderliche Gesetze zu entfernen, wodurch Wirtschaft und Innovation gefördert würden. Und etwas Ähnliches könnten wir ebenfalls auch in Deutschland gebrauchen. Also, nur um das als Kontext einzuwerfen. Du hast mit Trump darüber gesprochen? Ja, ja. Wir beauftragen, ja, was er öffentlich schon mehrmals erwähnt hat. Und er unterstützt sehr eine Art von Regierungseffizienzkommission. Man kann es Abteilung für Regierungseffizienz-Dogen nennen. Ich mag das irgendwie. Es macht mehr Spaß. Ja, und wir schauen uns einfach alle Bundesbehörden an und sagen, brauchen wir wirklich, was auch immer es ist, 428 Bundesbehörden? Es gibt so viele, von denen die Leute noch nie gehört haben und die sich in ihren Verantwortungsbereichen überschneiden. Wir sollten, ich weiß nicht, wahrscheinlich sollten wir, ich meine, es gibt mehr Bundesbehörden als Jahre seit der Gründung der Vereinigten Staaten, was bedeutet, dass wir im Durchschnitt mehr als eine Bundesbehörde pro Jahr geschaffen haben. Das erscheint viel. Das ist viel. Das ist viel. Also sollten wir, das scheint verrückt. Ich denke, wir sollten mit 99 Behörden auskommen können. Ich weiß nicht. Das scheint eine Menge Behörden zu sein. Es ist viel. Ja, zwei pro Bundesstaat. Das ist alles. Ja, genau. Wir sollten weniger Behörden haben und sie sollten sicherlich keine sich überschneidenden Verantwortlichkeiten haben. Und dann brauchen wir eine Art Überprüfung der Vorschriften, um zu sagen, welche sinnvoll sind und welche nicht. Denn wenn du jedes Jahr Regulierungsbehörden hast, werden sie mehr Vorschriften hinzufügen, einfach automatisch, als würden sie einfach Vorschriften ausgeben. Und dann gibt es jedes Jahr mehr Gesetze und Vorschriften, bis im Grunde alles illegal ist, um irgendetwas zu erreichen. Also brauchen wir eine Art Müllsammlung für Vorschriften, die keinen Sinn ergeben. Ich denke, ich sage sehr offensichtliche Dinge. Du sagst offensichtliche Dinge. Ja. Also sollten das sehr unpopuläre Dinge sein. Ja. Ich werde wahrscheinlich, wenn das passiert, ein ziemlich bedeutendes Sicherheitsteam brauchen. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass Trump einst ein erklärter Bitcoin-Kritiker war. Diese hat nun angekündigt, die USA zur Bitcoin-Supermacht zu machen, beziehungsweise wenn er Präsident wird. Und auf der Bitcoin-Konferenz 2024 in Nashville erklärte Trump ebenfalls, dass er im Falle eines Wahlsieges einen Plan umsetzen werde, um die Vereinigten Staaten von Amerika zur Krypto-Hauptstadt des Planeten zu machen. Fakt ist, wie Elon Musk es schon gesagt hat, die Inflation ist da und sie wird immer schlimmer und schlimmer werden. Es braucht Lösungen und zwar sehr wahrscheinlich drastische Lösungen, die wie Elon Musk schon gesagt hat, die Reduzierung der öffentlichen Institutionen beinhalten könnte oder wie Donald Trump gesagt hat, die USA zur Bitcoin-Supermacht zu machen. Und Bitcoin und Krypto werden eine große, wenn nicht sogar eine sehr, sehr große Rolle in der Zukunft spielen.